Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen. Freitag, der 8. Juni 2018. Ihr hört die Geek Talk Daily 389 und ich habe heute die folgenden Themen mitgebracht für euch. Story-Werbung, EU-Strafe, Android P, Google Pay, Apple Maps, Fritz OS 7, Entschlackung und Ikea. Wir beginnen drüben bei Facebook und deren Story-Funktion. Die bekommt jetzt endlich, endlich im Sinne der ganzen Werbetreibenden wahrscheinlich eine Werbe-Integration. Bei Snapchat gibt es ja das schon seit einiger Zeit und Facebook hat hier nachgedoppelt, nachdem man in den letzten Monaten und Wochen doch deutlich, deutlich viele, viele Nutzer auf das ganze eigene Story-Format gebracht hat, möchte man das Ganze jetzt natürlich auch monetarisieren und ein bisschen Batzele damit verdienen. So ein paar Zahlen dazu. WhatsApp-Status werden von 450 Millionen täglichen Nutzern genutzt, Instagram-Stories von 300 Millionen, Snapchat von 191 Millionen pro Tag, Facebook-Stories von 150 Millionen Nutzern und Messenger-Tag oder Stories von 70 Millionen täglichen Nutzern. Das sind doch mal riesige Zahlen. Und ja, da sollte man wieder mehr Stories machen. Gilt auch für meine Person. Wieder mal ein bisschen. Gibt ja immer wieder mal so Tage, wo ich was mache. Aber gehen wir weiter in den News. Das interessiert euch wahrscheinlich deutlich mehr. Es gibt einen Streit zwischen EU und Google. Genauer gesagt zwischen EU und Android, also dem mobilen Betriebssystem oder dem Betriebssystem für Smartphones und Tablets etc. Und ja, ist nichts Neues. Nachdem das Google schon wegen der Suchmaschine zurecht runtergekommen ist, kommen sie jetzt auch, ich sage jetzt mal ganz plakativ zurecht, wegen Android drunter. Denn da gibt es einige Dinge, die nicht so sind, wie sie sein sollten. Möchte ein Hersteller den Play Store in seinem Smartphone integrieren, damit die Kunden auch Apps laden können und nicht irgendwo über komische dubiosen Quellen ihre Apps laden müssen oder sonst wie, ja, müssen sie ja gewisse und zwar nicht wenige Apps von Google vorinstallieren. Natürlich sind die nicht gesetzt, aber der Mensch ist bequem und nimmt in vielen Fällen das, was er bekommt und studiert gar nicht über den Tellerrand hinaus. Und somit sieht sich die EU im Recht und möchte im Idealfall 11 Milliarden US-Dollar. Damals bei der Suchmaschine waren es 2,4 Milliarden. Auch das war schon ein absolutes, ja, top, ja, on top, so hohe Verklagungszahl gab es noch nie in der EU. Und da könnte die EU sich nochmals übertreffen, was das anbelangt. Das wäre übrigens 10% vom weltweiten Umsatz der Muttergesellschaft Alphabet. Also ein recht, recht hoher Betrag, wie ich finde. Aber ja, Android Pit hat einen Beitrag veröffentlicht zu dem Android P, der neuen Betriebssystem von Android, was aktuell in Beta zum Ausprobieren ist. Genauer gesagt, in Zahlen gesagt, ist das Android 9. Und in dieser zweiten Version sind jetzt die ganzen APIs, die Google neu aufgerufen hat an der Google.io, in finaler Version erschienen und werden somit nicht mehr angetastet. Somit können jetzt fleissige Entwickler ihre Apps endlich anpassen und so auch schon jetzt quasi final für Android P in den Store bringen und sind somit dann schon mal bereit für all diejenigen Kunden, die ein Telefon bekommen, das dann auch ein Update dazu hat. Kleine Features sind nicht wirklich drin, also doch schon ein paar kleine, aber nicht wirklich Farbabstimmung des Displays etc. und natürlich ein Highlight sind es 157 neue Emojis. Yippie aiei. Google Pay, da ist es etwa genau gleich wie mit Apple Pay. In Deutschland noch nicht erhältlich, Schweiz darf, Österreich auch noch nicht und vor allem über Deutschland gibt es gefühlt jede Woche irgendein Gerücht, dass eben Apple Pay respektive Google Pay nächstens starten wird. Jetzt sind die Gerüchte aber verstärkt worden aus sogenannten Insiderkreisen, weiss man jetzt, dass per Ende diesen Monats das Ganze noch starten wird, wie leider auch hier in der Schweiz sehr, sehr eingeschränkt mit ein, zwei Partnerbanken sollen damit dabei sein, Commerzbank oder zumindest im Umfeld der Commerzbank soll das Ganze ein Partner davon werden. Und ja, aktuell nur Kreditkarten, keine Girokarten und ähnliches und somit sicherlich nicht ein einfacher Start, aber dann sicherlich auch ein Zeichen, dass Apple Pay relativ schnell nachziehen wird. War ja bei uns auch so. Im Sommer kam Apple Pay und ein Jahr später dann Android Pay in die Schweiz. Apple Karten. Wer eine Webseite betreibt und gerne eine Karte einbinden möchte, der kann das mit diversen Möglichkeiten über Bing zum Beispiel, also Bing Maps oder über Google Maps. Seit Neuestem, nämlich jetzt an der WWDC, während einer Keynote oder eben nicht einer Keynote, während einer Learning Session wurde bekannt gegeben, dass es jetzt auch möglich ist, Apple Kartenmaterial einzubinden und für die Kunden zugänglich zu machen mit den üblichen Pinch-to-Zoom etc. ganzen Gesten. Was interessant ist, aber logisch, muss ja ein bisschen aufholen, MapKit erlaubt 250.000 kostenlose Instanzierungen sowie 25.000 Serviceaufrufe pro API-Key pro Tag. Wenn man das vergleicht mit Google, in der Google Map API sind aktuell 100.000 kostenlos in einem Monat. Also somit, ja, natürlich Apple Unterzugszwang, da muss einiges tun. Und mal schauen, da werden sicherlich die einen oder anderen aufspringen. Rein auch schon, um gewissen Kohle zu sparen, denke ich doch. Gehen wir weiter mit Mojave, dem neuen macOS-Betriebssystem, was es in Beta gibt. Im letzten Jahr mit iOS 11 ist die Möglichkeit von Twitter und Facebook-Integration, sprich die Konten im System zu hinterlegen, rausgeflogen. Jetzt blüht das auch dem Mojave, sprich dem macOS-Pendant. Dazu auch da gibt es jetzt, zumindest in der ersten Beta, wenn da kein Fehler drin ist, ist die Möglichkeit verschwunden. In Zeiten, wo Apple stark gegen Facebook und dessen Tracking vorgeht, sicherlich kein falscher Weg. Aber Twitter hätte man doch drin lassen können, liebes Apple. Aber auch da halt wieder Beschränkungen seitens Twitter und somit passt das auch in die Richtung wieder. Ikea ist fleissig am Umsetzen. Da sind sie nicht ganz allein. H&M, Sony, Coca-Cola sind allesamt mit dabei. Es gibt gewisse Zielsetzungen, um das, war das Kyoto-Abkommen? Irgendwas Jahre 2015 für 2030, 2020. Irgendwas in dem Stil rum. Genau, 2030 die Reduzierung des Welt-Temperaturstandes. Mein Gott, Wörter sind da, die aus meinem Mund kommen. Und dazu möchte Ikea einiges beitragen. Zuallererst soll aus dem eigenen Sortiment und vor allem auch in der Küche, in dem Restaurant und so weiter, die Einwegprodukte wegfallen. Und später sollen dann auch bei den Produkten, die den Kunden kaufen können, der Anteil an nachwachsenden Rohstoffen deutlich erhöht werden. Aktuell sind recycelte Produktmaterialien bei circa 10% integriert und 60% des Sortiments ist aus nachwachsenden Rohstoffen hergestellt. Aber das möchte Ikea noch deutlich steigern und somit in den nächsten Jahren da fleissig aufholen. Ein löbliches Vorhaben und das hoffe ich, setzen noch weitere Firmen um. Und das war es eigentlich schon fast bis auf eine Kleinigkeit. Denn Fritz OS, das Betriebssystem, was auf den ganzen AVM, also dem Fritz-Boxen von AVM drauf ist, geht in die nächste Runde. Zumindest wird in der nächsten Woche die Version 7.0 oder zumindest einige Funktionen von der Version 7.0 vorgestellt. Wenn alles klappt, wird das ganze System dann ab Herbst verfügbar sein für die ganzen Fritz-Boxen. Da dürfen wir natürlich gespannt sein und ich denke doch, der Achim wird euch da ein bisschen was darüber erzählen. Ansonsten sicherlich in der News-Folge von Geek Talk gibt es da ein bisschen was dazu. Das waren die Themen, die ich für euch habe zusammeln sammeln können. Genau, zusammensammeln können. Ich hoffe, es war etwas für euch dabei. Ansonsten auf jeden Fall euch noch einen schönen und erfolgreichen Tag und ja, nachher dann ein erfolgreiches, erholsames und schönes Wochenende. Es soll ja schön Wetter werden, bleiben oder wie auch immer. In diesem Sinne, besten Dank fürs Reinhören. Nächste Woche ist der Achim wieder für euch da. Euer Pogipsi. Bis bald. Tschüss. Hört mehr Geek Talk.